Echt? Das ist ein Bolzer. Stimmt. Das ist einfach ein Tor. Verrat doch nicht da. Hallo. Ich glaub, das ist ein Iron Maiden oder so. Oh Gott, da läuft es einfach so lang. Da ist jemand eingesperrt. Was steht denn da? Nicht schneller. Da läuft ne Zeit runter. Du musst das ab... Ah! Du musst das schnappen. Ja, mach einfach. Hinterholz! Ja! Erzähm! Wir werden verfolgt! Von Spinnvieh! Die Zeit hab ich noch. Guck mal hier in Paris. Ja, ich lass mir... Da kommt... Ja, irgendein Monster. Das war's nicht unsichtbar. Oh, das ist uns... Ah, das ist die Spinne, glaub ich. Ja. Ja. Oh nein! Los! Kann ich weg? Nein! Oh Gott, Gott! Aua! Wenn ich zurückkomme... Ah! Was bist du denn? Ja! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh, da ist das aber viel. Hallo! Hallo! Irgendwas schreit hier, aber ich weiß nie, was es ist. Na ja, wir filmen jetzt einfach mal in die Richtung. Hallo! Ich bin... Ich bin der Triebe. Ich hör hier komische Räuche im Keller. Es ist unangenehm. Und ich... Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich muss ja den Speicher irgendwie aufbrauchen, aber... Jetzt hör doch mal auf, hier rumzuquietschen. Da hinten ist was. Wo ist es hin? Da war was. Da kommt was. Da kommt was. Oh! Oh!